Und wir sind wieder da, bei Fallout 4. In der letzten Folge haben wir ja doch noch nach einigen Komplikationen hierher gefunden. Und jetzt werden wir diesen Tunnel durchsuchen nach dem Artefakt. So, mal gucken, wie groß das jetzt hier sein wird. Das ist ja verdächtig. Die sind da alle aufgereiht. Was? Nicht getroffen. Okay, die gehen alle daneben. Wildergull, Pursche, au au. 50 hat er gebracht. Klebeband hat er auch bei... Und da ist ein wilder Ghoul. Wo denn? Liegt der da nur rum? Hä? Da hinten drin, oder was? Hier, einfach. Zack, erwischt. Da brauchen wir keine Faxen machen. Lunchbox. Und die Lunchbox nehmen wir auch mit. Ich weiß gar nicht, wofür man die braucht. Ob man die später noch für irgendwas benutzen kann. Was ist das denn hier? Was hält denn der in der Hand? Kann man nicht sehen. Noch ein Fräser. Fusionsbeutel, wunderbar. Mad Axe. Leeres Blutpaket nehmen wir auch mal mit. Weiß nicht, ob da vielleicht einfach nur den Plastikball rauskommt. Noch einen Fräser nehmen wir mal mit. Ja. So, Aluminium. Was der so hatte, nee. Warum gibt's hier in so einem Tunnel jetzt ein... ein... verlorenes Artefakt? Aus einer vergessenen Zeit. Da ist... Ist er das? Nee. Da ist er. Nachladen. Aber wir haben genug Munition dabei. Kein Problem. Was haben wir jetzt eigentlich hier von da? 60 nur. Moment, ich hab nur noch 17 Schuss? Das ist ja schlecht. Wieso ist denn das so wenig geworden? Okay, hier ist anscheinend... Radioactive... Wasser. Das ist blöd. Wo es da anders lang geht. Aber das ist ja jetzt auch verdächtig. Oh, Moment mal. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Ach, da sind ja noch Faxen passieren. Oder geht's hier gar nicht weiter? Ja. Muss ich auch durchs Wasser? Unter mir? Nee. Kommt der von der Seite jetzt gleich? Das ist anscheinend hier. Oh, da sind welche. Doch nicht. Versteckt. Das ist ja... Blöd zum Angucken hier. Mach einfach mal Körpertreffer. Oh. Obwohl es doppelten Schaden gemacht hat, ist er nicht... gestorben. Vorsicht immer noch. Aber ich krieg' wenigstens keine Radioaktivität hier. Nee. Da geht's nicht weiter. Ob mir die lokale Karte irgendwas bringt. Naja. Ach, hier ist das Teil. Okay. Hier geht's aber trotzdem noch... Ah. Noch weiter? Oh, wollte ich gar nicht... Den können wir vielleicht so schaffen. Genau. Oh, was leuchtet denn da? Oh, ein leuchtenden... Oh nein! Den hatte ich schon mal. Die sind richtig ekelhaft. Ich mach' mal... ne Impulsmine hin. Und weg. Glaub' ich pack' dann gleich noch ne Mine hin. Hab' ich noch? Pyromine hab' ich noch. Ne Plasmamine. Ne Splittermine hab' ich auch noch. So, den versuch' ich mal so zu erledigen. Ist es der Leuchten hier wenigstens? Nein, das war der falsche. Ups. Oh, da kommt der Richter. So. Schön weggesnipert. Nicht. So, alle Punkte benutzen. Der hält so viel aus. So, jetzt hab' ich natürlich noch... Naja, den lassen wir einfach mal kommen. Wunderbar. Jetzt ist hier anscheinend noch irgendwas los. Physionszellen. Wo ist der Leuchten hin? Hä? Ja, Moment mal. Den will ich doch jetzt looten. Der hat doch bestimmt... den krassesten Scheiß dabei. Wo... Ups. Wo kommt der denn her? Ooooooh! Nein! Boah, was ist denn jetzt los hier? Oh-oh, jetzt hat's meinen Hund zerlegt. Und jetzt... Aber kriegt der die volle Ladung hier ab? Jawoll. So, den... So, den... Nehme ich aber diesmal. Der hat ein... Richtig krasses Nudelholz. Oh, der hat eine Sicherung bei. Hat er die irgendwo rausgedreht, der Schlingel? So, hier. So, wo ist jetzt der Leuchtende hin? Oder hat's den... Den hat's doch nicht zerlegt. Oder doch? Mann, hier kann ich nur... Das Wasser trinken. Der hat doch bestimmt... Richtig coole Sachen bei. Und jetzt ist er weg. Oder hat's den weggesprengt, als die Mine hochgegangen ist? Liegt der jetzt irgendwo anders? Krass. Hier, ja. Tatsache. Na toll. Der hat nur Blut bei gehabt. So. Hier ist anscheinend das Artefakt in der Kiste. Ah ja. Aber den Skill hab ich ja... Ups. Ich glaub, Einsteiger-Schlösser kann man immer knacken. Ups. Doch weiter vorne. Jawohl. Ja. So, die... Genau. Und Flugsensor. Das war's. Genau. Nehmen. Jet. Metallrüstung. Nee. Was ist das? Nee. Das ist das Gleiche, was wir haben. Aber wir haben schon jetzt keinen Platz mehr. Aber wir haben da nur noch 30 Schuss. Wir haben hier noch... ...noch nicht so viel. Schraubenzieher brauchen wir nicht. So. Wo kommen wir hier hin? Kommen wir hier? Irgendwo hin? Zack. Verwischt. Da hinten ist die Splittermine. Guck ich mal, ob ich die so zerlegen kann. Ja, okay. Aber wir haben jetzt inzwischen von dem Sniper die meiste Munition. So, hier geht's noch mal lang. Waren wir hier schon? Weiß ich nicht. Aussieht nicht. Was hier geht's hoch? Hier ist irgendein Wartungsraum. Ja doch, wir können noch rennen. Ah ja, hier sind wir vorher, wo wir... ...was gefragt haben, wo's hingeht. Beckenknochen, ja. Ach ja. Oh nein. Das wollte ich ja nicht so... Gucken, ob der denn hinfällt. Wieso ist kein Entfernt? Da haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Platz. So, können wir das hacken? Können wir da rein? Ja, ist nur verbessert. So, Mattes. Hm. Einer ist immer blöd. Okay. Sicherheitssteuerung. Tür öffnen. Ja, dauert aber lange. So. Ist hier einer drin? Gefahr. Oh, Antibiotika ist auch gut. Was ist hier noch? Red X nur. Superkleber. Stimpack haben wir noch zwei. Ja, Kaliber, das brauchen wir jetzt. Silberne Taschenuhr nehmen wir auch mit. Boah. Was ist das denn? Können wir auch mal. Einfach nur... Hätte man hier auch von hinten ran gekonnt. Ah, das wäre echt. Ach so. Da hätte man hier auch von hinten ran gekommen. Oh, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Oh. Oh, irgendwas schief geht. Eine Laborstation. Ah ja. So. Ist da was? Der ist schon durch. Können wir die von hier treffen? Nein. Können wir nicht. Nee, kann man nicht durchschießen? Moment mal. Ist da einfach eine Tür... Ist da einfach die Mauer offen? Ja. Ha! Wo ist denn der Sinn von dem anderen Teil? Das ist eine legendäre Brutmutter. Boah. Mutiert. Nein. Boah. Jetzt habe ich alles verballert. Ich muss auch zugeben, ich will das nicht nochmal machen hier. Kampfrüstung, Hanisch. Oh, Intelligenz und Charisma. Das nehmen wir mit. Sehr gut. Ah, jetzt sind wir zu schwer. Oh, Mist. Und der Hund kann auch nichts mehr tragen. Da müssen wir irgendwas rausschmeißen. So. Jetzt haben wir hier Platz geschaffen. Oh, nein. Das... So wäre es natürlich auch gegangen. Dass wir da einfach reinballern. So. Einsteiger-Terminal nur. So. Boots. Drei Treffer. Bones? Nee. Ach so, drei Treffer. Doch, das kann sein. Yeah. Sicherheitssteuerung. Tür öffnen. Offen. So, mal gucken, ob jetzt die normale Pistole auch Feuer erzeugen kann. Müsste aber eigentlich, oder? Yeah. Brennt jetzt den ganzen Weg bis nach oben. Weißt du, ich habe schon wieder vergessen, ob wir auf der anderen Seite alles erkundet hatten. Hier. Das weiß ich nicht. Mal gucken, wo wir... Hier brennt es natürlich noch. Wo wir jetzt hinkommen hier. Ich glaube, ich... Spiel mal eine Runde mit dem Sniper. Kommt man hier raus? Nee. Oh, hier ist ein Energiekern. Rad Kakerlake. Okay. Hier ist noch Gefahr. Ups. Röchne Kakerlake, ja. Da ist noch eine. Mist. Okay. Hat der Hund von alleine gemacht. Oh Gott. Verstrahlt das Blut? Weiß ich gar nicht, wofür man das braucht. Aber für irgendwas braucht man das. Äh. Aber, aber wir haben keinen Platz. Wo jetzt hier hin? Und dann noch eine Tür. Oh, das... Hier geht's raus. Ja, das ist wunderbar. Wir haben ja alles mit. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Ach, ein Energiekern. Ich weiß nicht, ob ich den mitnehmen soll. Sinnvoll wäre es ja schon. Guck mal, ob wir... Ob wir vielleicht einfach irgendwelche Drogen... Ja, deswegen wollte ich auch aussteigen. Ob wir irgendwelche Drogen zusammen mischen können, dass wir ein bisschen leichter werden. Drogen. Buff Jet. Ist der gut? Hm. Gibt's noch? Psycho Buff. Das ist gar nicht so schlecht. Psycho Jet gibt's auch noch. So, zack. Alles verwurstet. Overdrive. Ja. Können wir einmal machen. Haben wir noch andere Sachen. Wie sieht's denn aus mit Antibiotika? Wir... Okay, ja. Uns fehlen die Pilze. B-Fliegenspritze, ja. An die Blut der Spritze, ah. Aber wir haben immer noch diese Injektorpistole gar nicht. So, sind wir ein bisschen leichter geworden. Obwohl ja das Zeug jetzt auch nicht so viel wiegt. Gucken. Können wir tragen? Doch. Weil wir so viel Munition verballert haben bestimmt. So, dann muss ich aber trotzdem nochmal anders lang gehen. So, dann können wir den jetzt einstecken. Wo war'n der? Hä? Äh, bin ich doof? Ich hab doch einen gesehen. Äh, hab ich mir das nur eingebildet, dass da einer ist? Oder ist der jetzt hier oben? Ach, genau, der ist hier. So. Okay. Dann gucken wir uns jetzt noch die komplette Station an. Und gehen dann wieder raus. So, aber wir essen aber mal was. Die hat ja doch ein bisschen draufgehauen, die... ...Mutter. Köterkeule, noch eine. Die wiegt auch viel und die bringt gar nicht so viel. Das ist immer nicht so cool. So. Ja genau, wo kommen wir denn hier hin? Da waren wir noch nicht. Ups. Was ist denn da los? On Raider! Das auch noch. Nein, nicht erwischt. Aber der hat mich noch nicht gesehen. Gibt's anscheinend einen Wachtturm. Wo geht's denn da hin? Da ist noch eine Mine. Da ist der Wachtturm. Zack, erwischt. Nee. Wunderbar. So, wir laden immer nach. So, hier kann man jetzt nichts mehr entdecken. Raider. Ist die Station doch noch größer, oder ist das doch der Weg hier irgendwo anders hin? Ah ja, 10 Millimeter brauchen wir auf jeden Fall. Was ist denn hier los? Die haben ja ordentlich... ...sich verteidigt. Äh... Weiß nicht, ob wir das unbedingt mitnehmen müssen. Ah, wir können's aber. Ja, wie viel können wir denn noch tragen? Okay, wir sind voll. Okay. Äh. Ja, ich hab nicht dran gedacht, dass die überall... ...Minen ausgelegt haben. Aber... ...die Beine sind noch nicht kaputt. Wenn die rot sind, sind die nicht kaputt. Das ist... ...noch gut. Da ist noch ein Terminal. Das können wir bestimmt hacken. Da kann man schlafen, jawohl. Kann man doch nicht hacken. So, Turmsteuerung. Jetzt sagt er mir aber... ...aber der Turm ist leider kaputt. Macht nix. Sind wir da gerade rausgekommen? Ja. Nee, ich wollte springen eigentlich. Kommt man hier rein? Nee. Aber das hat ja jetzt... ...gar nix gebracht. Hier kommt man vielleicht noch hin. Außer, dass mir die Beine kaputt gegangen sind. Ach, hier kommt man auch raus. Wunderbar. Dann gehen wir doch hier raus. Dann müssen wir gar nicht den ganzen Weg zurück. Da ist was Tolles drin. Zieh ich nur zweimal. Schlafen wir jetzt einmal? Dann haben wir das hier auch gespeichert. Wunderbar. Sind wir krank? Ja, was haben wir für ein Problem? Sind wir halb tot? Wo ist das Problem? Müde? Ausgetrocknet? Warte mal. Adrenalin haben wir 15. Warum denn? Ich dachte eigentlich, das geht runter, wenn man schläft. So, Wasser. Ist gut hydriert. So, hier geht's raus. Wunderbar. Ist keine Mine mehr. So, wo sind wir denn hier jetzt? Au, das glaub ich auch. Zack, erwischt. Direkt. Ja. 82. Ist okay. Raider Plünderer, da oben. Jetzt versteckt er sich. Komm dann mal raus. Zack, erwischt. Ist immer noch Gefahr. Oh. Das war gut. Ist immer noch Gefahr. Wo sind wir denn hier gelandet? Warte. Hier? So weit weg? Sind wir ja fast da schon. Aber das machen wir nicht. Das machen wir auf keinen Fall. Wir gehen dann hierher zurück. Boah, das ist aber dunkel auch. Da ist er. Ja, der spürt anscheinend die Angst. Ups. Der Hund ist schon dabei. Oh, oh. Wunderbar. So, jetzt muss ich mal mein Leben angucken. Oh, oh, oh. Das war ja knapp. Essen wir doch mal die ganzen Köterkeulen auf. Wären wir auch ein bisschen leicht dabei. Ach, Fusionszellen. Wunderbar. 9 Millimeter. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt sind wir versteckt. So. Hier kann man, könnte man auch nochmal speichern. Stimpack, jawoll. Munition. Aber die falsche. Oh ja, die nehmen wir mit. Ist hier noch drin. Genau, Lego ein bisschen. Können wir auch mitnehmen. Hier kommt man denn noch raus? Aus diesem Loch. So, die Mine. Das legen wir auch mal. Sicher ist sicher. Ja. Immer noch versteckt. So. Was hatte der bei? Ah ja. Die Richtige Munition. Gibt es hier noch irgendwas? Ein Heft vielleicht, was die gelesen haben? Nee. Jetzt dahin, irgendwo anders hin? Wett mal. Osttunnel. Ach so, ist abgeschlossen. Der Westtunnel ist abgeschlossen. Drogen. Ah, hier. Kronkauken oder was? Nee. Ist einfach nur der Verschluss. So, das haben wir getan. Dann gehen wir jetzt zurück zur Gelehrten und sagen ihr, dass wir das Zeug besorgt haben. So, ich... Doch, vorher speichere ich das nochmal. Wer weiß, was da auf dem Weg so alles passiert. Da kann man immer auf ganz viele Schrecklichkeiten treffen. So, das Artefakt haben wir ja gefunden. Und auf dem Rückweg in der nächsten Folge suchen wir dann nochmal nach Diamond City. Bis zum nächsten Mal.